Ja. Geh 200 Meter, vorne! Alpha-1 zu allen Uniten, erinnern! Keiner ist, dass du hier leben willst! Los geht's los! Aus! Das ist normal, dass dein Ladebildschirm ist, nur jetzt ist es halt mit der Information. Nein, das ist es nicht. Ich hab da nichts dran geändert. Ich hab nur gesagt, er soll da Missionsinformationen. Ich hab nur den Titel der Mission, den Onload, definiert. Der Rest ist Standard. Laser. Genau, Laser. Der macht einen Punkt, wenn er auftrifft. Der Punkt wird größer. Das ist ja nobel. Okay, Kontakt vorne auf der Kreuzung wieder. Bist du bereit? Warte. Mann, 100 Meter in Nordrhein. Ja, ich hab den Vorderrhein. Maschinenkopf, Mann, 100 Meter in Nordrhein. Unter Feuer! Ich hab mal ein Schwein gehabt, er hat sogar geschossen. Keiner von uns ist gestorben. Wie konnte das passieren? Das ist cool. Mann, 100 Meter in Nordrhein. Da war noch einer die Straße runter. Der ist jetzt auch nach Osten abgehauen. Mann, unten! Ah, okay, da war noch wer anders. Von rechts. Der hat mal wieder nichts gesehen. Ich gehe mal in die Richtung Ich gehe nicht dahin, wo du gestorben bist Sondern ich gehe nach rechts weiter Was ist denn das überhaupt? Was ist das denn hier hinter mir? Hm, mein Schatten sieht aus wie aus OFP Was sprengst du? Ich denke, das wird der Iltis gemacht haben 100 Meter, Nord-East Ich habe ihn 80 Soldaten, 300 Meter, Nord-East Riefel, 100 Meter, Nord-East Kommen welche im Westen über die Brücke? Ja, das sind zumindest andere Brücke Ich muss gucken, dass sie mich hier nicht auf der anderen Seite umgehen wollen Riefel, 100 Meter, Nord-East Ja Nein Der war schnell Bist du der MG-Schütze hier am Start Oder ist das die KI? Nein Das KI Okay Nur unter der einen Brücke und ich glaube, ich bleibe auch hier Ich gehe auch mal am Strand lang Da ist denn das Wasser hier Maschinengun, 200 Meter, Nord-East Soldaten, 100 Meter, Nord-East Versuch zu dir zu kommen Ich bin im Mündungsbereich von diesem Kanal Ich bin gleich hinter dir Und die Lichter hier ausschließen Infanterie, 200 Meter, Nord-East Es cleart Es cleart, aber die gehen nicht aus Bin neben dir Ja Unten bei der anderen Brücke waren sie eben Oben rechts, da drüber Ist auf der Brücke Ach, Kacke Dass der die ganze Zeit die Luft anhält, wenn ich ranzoome, nervt tierisch Ich verstehe diese Belegung nicht Das Ranzoomen benutzt man viel öfter Der einer Auf der rechten Seite der Brücke Ich glaube, der ist umgekippt, oder? Ich glaube, der ist umgekippt, oder? Ich glaube, der ist umgekippt, oder? Ich vergaß, dass es nur das Inventar ist Das ist eine gute Idee, da hoch zu gehen Ich weiß nicht, ich wollte aber gucken, ob hier vorne wieder jemand im Haus ist Da vorne ist einer, linker Seite der Brücke Oben auf der Brücke Zappelt da irgendwie rum Er ist zurückgeflogen Wie in einem Actionfilm, wo man immer mit einer Schrotflinte trifft Man, 75 Meter